Herzlich Willkommen zu meinem ersten Let's Flash, bei der dritten Aufnahme, weil das jetzt gerade zweimal abgekackt ist, was mich extrem aufregt. So, wir spielen heute das allzeitbeliebte Spiel Let's, äh Let's, wir spielen das Spiel Flappy Birds. Ich selbst zocke es auch gerade auf dem Handy und auf dem Handy habe ich es geschafft bis 8 oder 10, ja ich bin schlecht da drin. Und ja, heute gucken wir mal wie gut ich auf der PC Version bin. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los mit dem Fasang. Oh yeah. Los geht's. Press Bass to Fly. Ihr könnt allerdings auch mit dem Mauskick klicken, was ich einfacher finde, weil meine Tastatur gerade ganz weit weg ist. So, los geht's. Also, der Sinn des Spiels ist, wie ihr sicherlich kennen müsstet, man muss durch Mario Röhren fliegen. Während man hier über diese Sonic Piste rast, muss man durch Mario Röhren fliegen, wo leider kein Mario auftaucht. So, los geht's. In 3, 2, 1. Ah nein, ich habe gestartet, ich wollte nicht. Ja, ja, 1, 2, äh, tot. Komm. Los, 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 los. Genau. Direkt bei 0 gescheitert, weißt du. Ja, 1, Bestzeit 5. Ja, also, ich habe das hier angetestet, wegen Systemsteuerung. Wegen dem Audiocheck und so, und da habe ich bis 5 geschafft. Ja. Komm, komm, komm. Ey, willst du mich ver... Ja, komm. Raste aus. Genau. Mann. Hihi. Hihi. Ja, genau. Ja, hallo, ich wollte doch gerade. 2 von 5. Komm schon, komm schon. Ja. 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 Ah, kaputt. Ja. 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 Ah, tot. Mann. Das will zum Verrecken nicht funktionieren. Los geht's. Genau. Erst beim zweiten Mal piepsen. Die 1 ist ja so unwichtig. Hallo. Okay, ich klicke jetzt hier mitten ins Bild, ganz einfach. Gott. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Komm, na. Ja. Auf jeden Fall, meinen alten Highscore habe ich gerade überholt. Oh. Oh. Das ist voll anstrengend. Dieses Dauerklinken, das bin ich nicht gewöhnt. Und dann scheint meine Maus auch nicht, da das Teil gerade hängen geblieben ist. Das ist super. Komm. Komm. Hoch. Hoch. Ah. Fail. So. Jetzt aber. Los. 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 Komm. Komm. Ja. Hihi. 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 Ah, shit. Ich glaube, ich bekomme erst einen Piepsen, wenn, äh, ich das nicht geschafft habe. Wenn ich, äh, äh, ja, dankeschön. Wenn ich den Highscore-Lager gebrauchen habe, ich glaube, ich muss jetzt sechs schaffen. Komm. Ja. Und. Ah, fail. Ne, sieben muss ich schaffen. Nein, das war jetzt so schwer, die fünf, äh, sechs zu... Pfff. Eins. Genau. Einfachstes Level und ich fahr kack. Ja. Ganz genau. Hallo, der war nicht zu hoch. Start. Komm. Hihi. Genau. Das Spiel ist so lollig. Und macht sogar ein bisschen schon aggressiv. Also mich gerade. Also ich hätte mein Handy jetzt schon längst auf... Sch... Sch... Müll geschmissen. Mann. Ihr wart Zeuge. Ich habe gerade sechs geschafft. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja. 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 Ich habe doch gedrückt. Soll ich mit im Bild drücken? Komm. Ja. Genau. Dankeschön. Dankeschön. Blum, blum, blum. Mann. Ey, das ist ja mal echt scheiße. Ich glaube... Nein. Ich glaube, aber den Part mache ich dieses Mal nur zehn Minuten. Dann braucht ihr mir beim Failen nicht mehr lange zuzugucken. Ah. Oh, verkackt. Ja. Komm. Ah. Scheiße. Noch ein Stück. Komm, komm, komm. Ah. Eins. Fail. Ah. Komm. Ich habe noch zwei Minuten Zeit. Zweieinhalb. Um genau zu sein. Ah. Fuck. Ja. 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 Oh. Und Fail. Sorry. So. Jetzt haben wir noch zwei Minuten Zeit. Eins. Genau. Warum ist das Level immer anders? Kann das nicht mal gleich bleiben? Das wäre dann sehr einfach. Oder kann man den nicht auf einer... Okay. Gedrückt halten bringt also nichts. Ja. 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 Äh. Tot. Eins. Tot. Ey. Wie scheiße ist das mal? Ich will. Doch. Boah. Ey. Verarschen. Komm. Ich will das noch hier schaffen. Dieses. Genau. Bei null auch noch abgekackt. Super. Ja. Komm. Das Maul. Mann. Ey. Weißt du? Das... Maximal fünf. Und ich komme nicht weiter. Ey. 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 So dumm kann man doch nicht sein, dass man direkt beim ersten Mal verkackt. Ja, Mann. Raste aus. So. Fünf. Oh yeah. So. Letzter Versuch. Das ist... Der zählt nicht. Letzter Versuch. Scheiß drauf. Ja. Das war's mit meinem ersten Letz Flash. Highscore 6. Ja. Und... Damit würde ich sagen, das war mein erster Part. Okay. Kein erster Part. Aber mein erstes Letz Flash. Happybird. Der beliebteste Nap zur Zeit. Und... Das war's. Haut rein. Ciao.